und so und schön dass du dabei bist wir haben ein neues projekt namens supercraft gesponsert von fanatics und mr miner den kennt ihr vielleicht schon vom exile projekt und ja ich kann das leider nicht cutten weil das würde glaube ich ein bisschen zu lang dauern der projekt sollte eigentlich morgen sein denn ja eigentlich war man las mich im guten gebiet weg dich gehe ich will meine sounds einsteigen so geile schon direkt am sterben ganz normale hier ist es born protection ernsthaft alles alles nicht mehr so wie es mal war ich hasse es warum muss es jedes mal nacht sein wenn im projekt start beziehungsweise wahrscheinlich war als der offizielle projekt start war tag aber jetzt natürlich nicht geilo ihr wisst war das denn euch wird gepostet nicht mal koordinatenscreenshoten so ich habe meine tippen bekommen kugel und fahr mich direkt holz ich habe keine ahnung keine ahnung es ist super kraft ich weiß nicht genau warum weil es ist eigentlich von in der minecraft aber gut lassen wir sehen mal ihre fantasie ich glaube die schreiben was aber ich sehe es halt nicht warum habe ich eigentlich auf die kürze die zehn prozent gestellt nicht direkt davor aus geh 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 weg ich mag dich nicht ich komme nicht dazu in holz ab zu bauen ne das ist doch scheiße ja also ich habe ein halbes herz gg geilo oh das ist 300 die richtung die richtung die richtung die richtung die richtung da da hinten muss es sein erstmal dreimal und komm alle jump and run skills äh warum muss ich denn so eine scheiße da nur mit einem halben herz übergeben ich will doch auch nur selbst mal so nochmal wo so 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 das schütt diese reitwehr werde ich grad schon wieder falsch rumlaufen oder was da musst du aber halt ja nacht warum denn nacht es gibt keine anderen tageszeiten in minecraft ich kann nicht zoomen weil optifine geht mir mal kurz vor dem hals ok die 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 was die ist einfach insta ne invasion auf zombies hä wie hast du mich denn mit hat erreicht nein not going up so jetzt kommt hier keiner So, warum ist der denn auf C? Was hab ich denn sonst auf C? Scheiße, wo war denn das? Ich hab keine Ahnung, wo das war. Also wie gesagt, ungeschnitten. Ich hoffe, man hat... Aber da ist es. Da ist zumindest etwas. Da ist ein Dirtberg. Es war 300 irgendwas. Und 200 irgendwas, glaube ich. 400? Und wie geht es dir? Aber hier ist ein Dirt-Säule, Berg, was auch immer. Da sind ganz viele Dirt-Berge. Denk mal, das ist die richtige Richtung. Und ich... Ich hab ne Ender-Kerle bekommen. Uiuiuiui, ist hier ein Endermann? Ach, lol, hier ist ernsthaft ein Endermann am Regen verstorben. Geilo. Das Auto-Jump-Bahn? Ja. Hui, ich muss nie wieder meine nervige Space-Taste drücken. Wie ist das nicht? Dolle Version, dolles Leben. Ey, nee, komm, ich will nicht meine Ender-Palle fänden. Ach, hört man nie wieder, dass ich ne scheiß Behinderte des Space-Taste drücke. Ist doch super. Danke, Mini-Kopf. Nee, komm. Mich hier. Mich. Alter, ich hab keinen. Aber den Spielschirm draußen wird jetzt auch noch eh. Aber da stehe ich schon wieder die Hälfte der Aufnahmezeit bei Ballard und bin eigentlich die ganze Zeit nur gestorben. Geile erste Folge auf jeden Fall. Na ja, da kommt halt nur heute noch PvP-Flecht. Und da vorne haben wir ja auch noch PvP. Warum hab ich das Eiweggeschmissen? Alter, das muss doch irgendwo sein. Es regnet wie ein Ström. Ach, ich wollte halt nicht mehr so fest. Ist schon sauber, wenn das Mist ist. Nee. Oh, da geh ich. Da ist schön. Hallo, kannst du springen? Danke. So, Autodamme sind noch nicht ganz verbessert. Gut. Und springen. Wieder mal. Und ich sauknapp aus, wenn der springt. Naja, ich hab mich erstmal 10 Kilometer wahrscheinlich weggebliebt. Ach, lol. Es geht ja auch jetzt neu zu. Also, ich kenn die Versuche nicht wirklich. Noch nie mitgespielt. Äh, Wüste. Gut. Woher Wüste vielleicht auch nicht? Ich weiß nicht, wie die heißen, leider. Nee, ganz regt's hier nicht mehr. Warum ist der Himmel aber trotzdem noch in der Farbe? Hallo, Librarien. Flame, cool. Hm. Ha. 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 Ja. Coole Villager. Schnell mal sie veranten. Neue Mobkai. Nicht sechs, bis jetzt. Was ist denn eine neue Mobkai? Nein, hier war schon jemand. Dreck. Na gut, aber wie sollten die jetzt auch nicht geklitten haben? Es gibt anscheinend ziemlich viele Teilnehmer. Angeblich soll das Projekt ja auch länger gehen als Exile. Mal gucken. Alter. Können die mal weggehen? Da. Stirb dran. Hat es gekla... Oh Gott, sie hat ernsthaft umgedreht. Ja gut. Ohne Holz. In dem Wüstendorf. GG. Irgendwo gab's ein Crafting-Table. Ja, ich baue mich da mal weg. Kann ich gar nicht. Fällt mir gerade auch. Es sind ja überall nur Sandstücke. Die würden dann auf mich rausfallen. Da ist die glaube ich im Crafting-Table drin. Oder halt... Im... Hilfe. Oh no. Da ist einer drin. Nie, 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 nie. Mach ich mir das jetzt nicht kaputt. Nein, wie bist du denn reingekommen? Crit it. Boots to the Beats to the Bass to the... Tot. Das ist der totes Rap. Ich rap dich tot. Boom. Ich ja nehme mit. Ich nehme alles mit dem Klauen. Wir klauen mal wieder den Village und die Zeug. Nur um dann wahrscheinlich gleich hier zu verrecken. Mich interessiert jetzt schon, was die geschrieben haben. Wir müssen aufnehmen, wenn wir auf dem Server sind, so wie ich das verstanden habe. Und das war alles nur meine Tode. Er hätte das auch nochmal gestorben und einer hat drei geschaffen. Wer ist hier, Mann? Das ist mein Dorf. Das ist mein Grundgefunden, aber egal. Oh Gott, sorry. Wollte ich nicht gestorben. Die Soundkulisse gefällt mir eigentlich. Vielleicht ist es ein bisschen... Ja. Daraus besteht mein Leben. Komisch, wüsten Zombies mit komischen Sounds aus Military-Watts. Auszuhalten. Das hat direkt zwei Libraries, die das so verfügt. Aber mir wird das gut. Ich muss mir noch mehr Bücher abgreifen. Waffen und Spiele. Ich kann show you the Weizen. So, hey damit. Alles meins. Wie, nie. Äh. Leuchtet mal eure Scheiß aus. Die hat ja nicht mal nachgepflanzt. Ich hoffe einfach, ich kann natürlich ums da regnen. Schnell Brot. Dann kann ich... Schnell Brot. So. Stimmt, ich dir das fast. Ich muss dir so schnellere Gerad. Was ist die Karotte? Meins. Patsch, er greift sich halt erst alle Felder ab und lässt nicht übrig, außer diese Scheiß-Karotte hier. Die muss ich aber halten, damit ich hier anfrenzen kann. Ich muss direkt wieder normales Mal halten. Wie lange soll es die Europatische Wasser kaufen? Nicht enden. Nicht sprinten. Boah, ich hab Kartoffeln oder nacht. Ich hab alles. Komm weg. Äh, ich muss ja nicht nach der Aufrufzeit leider gucken. Naja, es ist nur... Es ist halt immer noch nacht. Was denn los heute? Okay, mein Kopf hat aber glaube ich auch nur sonst bekommen. Ja, ich bin mal ein Scheiß. Ich muss alles. Ah, geht weg. Ich hätte Rektum. Wie es im Lateinischen so schön heißt, ne? Ja, na. Ach egal. War ungefähr. Wir kommen endlich mal dazu, unser erstes Holz zu sammeln. Ist das nicht geil? Holz. Minute. Elf. Zwölf. Voll gut, oder? Oh ne, Alter. Die müssen wir immer noch... Die klemmten wir immer noch vom Arsch. Ich hab keine Ahnung, wie das... Anders formulieren wir heute gerade. Nee. Nee. Da ist das... Da ist das Wasser. Da. Ich glaub, ich spinne. Hahaha. Vielleicht nicht unbedingt. Boah, Alter, hat sich mit der Enderfälle geblocket. Mit der Faust ist er auch blocket, wie nicht so smart. Ja, ich hab alles, ne? Tschüss. Ich mag solche Pläume, die ich mir gar nicht bauen. Ich lauf erstmal weiter und verbräuchte, das stimmt. Ich muss jetzt auch eigentlich nicht zu weit von den anderen wegfahren, aber ich habe keinen Plan, wo die sind. Screenshot raus. Da ist mein Platz. Das ist schön. Da hab ich mir richtig... Berge sind sicher, auf der gibt es Höhe. Na, wer kennt den Film? Schreibt mir in die Kommentare. Nein. Fuck. Nein. Scheiße. Ja. Ich bin smart, aber ich bin schon halt gut. So, dann ist aber das hier mein Wert. Alter, das wird richtig geil hier. Ist halt immer ein bisschen... Ey, das ist doch ein... Dann ist... Er tötet mich! Hey, what the fuck? Warum hat der mich gekillt? Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort, Alter. Das ist ja dreist. Ich war ja nicht mal auf seinem Grundstück. Ich war etwa zwischen Fanatics und seinem. Und hab halt nur geguckt, ob irgendwo was frei ist. Ach, nö. Ich! Alles klar. Alles klar. Ich! Ich bin einfach nicht drauf. Das ist ja nur einwords. Ich kann mich prüfen. brushing. Ja. slowly. Dann drücken. Das ist ja auch... Bad. materials. Und das ist immer noch so... ...d vy. Ja, ich hab ein Seil, ich hab ein Wort. Super, war eine super tolle erste Folge. Die mach ich jetzt kürzer, weil ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr mal wieder habe. Tolle Mitspieler mal wieder, ne? Das ist halt immer so. Wenn man einfach so ein Projekt anfängt, dann kriegt man immer die... Okay, trotzdem, Alter, der kriegt noch den Troll seines Lebens ab, Alter. Der kriegt... Ich weiß nicht, wie lange das Projekt geht, aber sobald ich genug Ressourcen hab, kriegst du die TNT-Falle deines Todes unter deinem Arschloch gesteckt. So. Stimmt, es gibt ja auch Backhand. So, das war's mit der ersten Folge. Ich hab keinen Bock mehr. Der kriegt noch seine scheiß TNT-Falle. Und ich hoffe, wir sehen uns später beim PvP oder bei der nächsten Folge. Ich weiß nicht, beim PvP kommt. Wieder. Tschüss. 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 Tschüss.